Musik Aloha, ich bin Eric T. Hansen, ich bin amerikanischer Journalist und Autor und ich lebe seit etwa 25 Jahren in Deutschland. Ich komme aus Hawaii und ich schreibe, seitdem ich in Deutschland lebe, oder seit ein paar Jahren auf jeden Fall, Sachbücher mit meiner Partnerin Astrid Ulle. Ich heiße Astrid Ulle, ich habe kein Tee in der Mitte und ich lebe seit 44 Jahren in Deutschland. Also ich bin die deutsche Hälfte des Teams und wir schreiben zusammen Bücher über die Deutschen. Ich fand das ganz lustig, weil da kommt so einer aus Hawaii und guckt sich die Deutschen an und behauptet, dass sie exotisch sind. Und da wollte ich dann mit dabei sein. Und wir haben mehrere Sachbücher darüber geschrieben, zum Beispiel Planet Germany und Deutschland Quiz. Und jetzt haben wir dann beschlossen, es wäre immer Zeit, unseren ersten Roman zu schreiben. Das haben wir dann getan. Der Roman. heißt Nibelungenfieber und es handelt von einer Kleinstadt im Odenwald, in dem im Grunde ganz Deutschland ist. In diesem winzig kleinen Kopf, die kommen auf die verwegene Idee in dieser Kleinstadt, dass der historische Schatz der Nibelungen, der sagenumwobene Schatz der Nibelungen unter Wir haben sitzt dann schon ein paar Wurlunde, in diesem